Unter Wasser machen wir die letzte Phase von dem Aushub. Wir stimmen das letzte Material, das noch an der Wand ist. Das ist richtig hartes Material, das ist Stein. Die Geologe ist heute auch hier, die wollen sich das auch anschauen, was für Material das ist. Wir spritzen die ganze Baugrube und saugen die ganze Baugrube ab. Hochdruckspritze, Niederdruckspritze und am Ende saugen wir das ab. Und nachher betonieren. Und wenn die Betonage fertig ist, kommt das Wasser raus und dann hast du ein trockenes Baugrube. Micha, deine Tauchzeit sind vorbei. Alles klar, ja. Ja, jetzt ist 13 Meter. Die Tabelle, da haben wir ein Buchfeld dafür. Das geht bei einer Stunde, nach einer Stunde musst du auf drei Meter warten und so weiter. Wie lange du unter bleibst, musst du auch länger warten, auf drei Meter. Sehr gemütlich. Echt. Weil du fühlst dich ja allein im Wasser, aber nicht allein. Du bist im Gedächtnis und du schwebst da unter Wasser. Und das ist das richtig schönste, was ich machen kann. Und ich werde auch noch viel bezahlt. Super.